Vorwärts und jetzt Achtung beim Zweikampf von Tobias Stephan und Kimo Rintan. Der Finn kommt zum Fall, bringt Schiebe aber gleich noch irgendwie hinter die Linie. Ein unglaubliches Goal von Kimo Rintan, ein Goal, das dort in die Liste von den schönsten Treffern der Saison schaffen. Kimo Rintan, Sie sind zurück nach Ihrer Verletzung. Erste Frage, wie geht es Ihnen? Ja, geht es ganz okay. Ich kann weiterspielen. Das ist das Wichtigste, dass ich gesund bin. Aber alles läuft gut jetzt. Ein super Comeback, zwei Tore. Das zweite Tor, ein ganz spezielles. Können Sie uns das beschreiben, wie Sie dieses Tor erlebt haben? Ja, das war, ich hatte noch nicht den Pack richtig geholt und dann kommt Tobi mit Stock und dann Böck geht in die Luft. Und dann wollte ich nur das Böck zurück vor dem Tor werfen und dann könnte ich das noch hinschossen. So, das war, du brauchst Glück, aber das war richtig schön, ja. Es war so eine Kombination mit Eiskunstlauf und ein bisschen Tennis noch dabei. Haben Sie noch daran geglaubt, dass dieses Tor überhaupt noch möglich ist? Ja, also das hat heute passiert, aber ja, ich denke, wann ich weitergehe, das geht nicht mehr. Jetzt Klotten, Flyers, die Mannschaft ist sehr gut drauf. Der Sieg in der Qualifikation, das müsste jetzt zu schaffen sein. Ja, sicher, wir spielen noch fünf Spiele und schauen, wo sind wir. Und dann, wir kämpfen noch fünf Spiele und dann beginnt Playoffs und dann alles ist wieder neu. Aber wir spielen bis letztes Spiel ist fertig diese Saison.